So, ein neiger Trail vom Pirao, kurz Preview, fangen wir da ganz mal schön an, mit ein paar Anlegern, mit ein paar Geile. So, da sind ein paar so innen, es geht dauernd hin und her, heute hat es in der Fuhr noch viel geschieht, jetzt ist es ein bisschen rutsig. So tragisch, es macht Spaß auf jeden Fall, richtig schön flowig, die Kurven sind richtig schön gemacht. Ist jetzt noch frisch, boah, frisch Spaß, ich weiß nicht, noch nicht so viel Fahrt machen, ein paar Sprünge, schöne Anliegen, das wechselt da und hin und her. Ziemlich frisch, richtig geil. So, es macht auch viel Spaß, aber es ist auch nicht unanstrengend. Es ist schon ziemlich anstrengend. Oh, pass auf. Ich muss jetzt nicht reden. Auch rissen. So, wir sind. So. So. Das ist auch rissen jetzt. Das macht nichts. Kursbrühe, wir gehen weiter. So, ich darf wieder rein. Kursbrühe, wir gehen weiter. Kursbrühe, wir gehen weiter. So, da können wir jetzt so ein paar kräftige Stücke rein und dann können wir so richtig flüssige Kurven. Können wir schon fahren. Woa. 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 Links her. Und da geht es jetzt wieder kurz gerade. Und da können wir richtig geile Spuren. Woa. 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 Was. Der. Woa. Let's go. We'll see ya. Woa. Yo. Woa. Ich bin wieder aufgerissen. Das war es, Leute. Ich hoffe es hat euch gedacht. Passt. Ciao. Oh!